Und herzlich willkommen zu Herderinger Schlachter mit Herder. Ich muss mal ein Mikro ein bisschen nachziehen. Fahrt Nummer 43. Wir sind jetzt mit Mordor hier. Und haben sechs Olifanten, zehn Oxen. Die Schöner Stieler reisen weit, um ihrem Herrn zu dienen. Ihr Vormarsch darf nicht gestört werden. Schön, dass du auch man die Stimme leidt. Süditalien bildet die Grenze zwischen Gondor und dem Land der Haradrin. In diesem umkämpften Reich sind alle in Gefahr. Hier waren auch noch die Hobbits, oder? Macht euch bereit! Feuer frei! Schießt! Schießt! Jetzt! Guck mal, da hat er eine 180er Drehung gemacht. Stört dieses Lager der Menschen. Jagt sie aus diesem Land. Ein für allemal! Alles klaut so. Ihr geliebter verbotener Weiher. Legt alles in Schutt und Asche. Im Norden ist ein Lager der Orks. Los, holen wir es uns. Aufstehen, ihr Hunde! Wir haben Messerarbeit zu tun. Messerarbeit? Das höre ich auch zum ersten Mal. Messerarbeit. Könnt ihr nicht... da rein? Mann! Seid bereit! Auf die Leitern! Und hier... Vorsichtig jetzt! Krieger der Haradrim! Krieger der Haradrim! Geht da mal rein. Seid bereit! Vorsichtig jetzt! Seid bereit! so dann holen wir mal hier hier fehlt noch eine Einheit so dann ziehen wir mal los wir ziehen los da oben ist das Außenlager von den Parks so du Olifant du gehst mal da hin wir treffen uns an aufwachen meine Krieger hierher und geht jetzt zum Angriff ich hab irgendwie das Gefühl dass die noch schwächer sind als wenn wir zu ihnen stoßen können wir die Waldläufer zurücktreiben wir haben den Feind gefunden da da sind Feuerfeuer Mann da sind zu viele das sind echt viel zu viele das ist echt diese scheiß Feuerfeile wo denn da Alter sie greifen an alter nein nichts wegen meiner Aratan in die Knie äh meine Olefanten in die Knie sie greifen das Lager an der scheiß Feuerfeilentüte ne wie schnell die einfach hoch boah das ist extrem ja das Schlager wird angegriffen so wir werden angegriffen Arx komm schon Arx 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 Geht jetzt Männer Herat Los Hier will die Paulifanten machen und Patrolle viel voll viel kosten aber ja Los macht was ja die haben uns gut aufgemischt aber ja wir haben gewonnen wir bauen unsere Einheiten jetzt auf 600 aus wir müssen erstmal hier Geld schüffeln da oben wird unsere Verteidigung aufgebaut äh unsere Angef- ja Angef- Männer treibt die Olifanten in den Pärsch hier yo Chef kosten aber viel zu viel Chef wir haben ein Gepirchstroll freigelassen ah eine neue Horde Orx ja seid bereit bereit an ich glaube das schafft ihr hier unten das schafft ihr was oh man da ging da warte mal mach mal hier kaputt mach mal hier kaputt ich geh mir langsam auf die Nerven also eine neue Horde Orx ich will wieder 8 Olifanten haben n Ihr schafft mich Ich will ein Gebirgstroll freigelassen. Jetzt so machst du das noch gebürt und dann haben die nichts mehr anständiges. Die Autofaden machen alles am Arsch. Sieht ja ganz gut aus. Da ist noch der Weyer dann und dann sind wir fertig. Fertig mit den Nerven aber. Den Rest überlasse ich Arsch. Wir müssen erstmal hier wieder Fetteinheiten aufbauen. Und die Trolle die spielen miteinander. Das finde ich schön. Der Olifant ist kampfbereit. So Orks. Da gibt es echt nur Orks ne? Hey hey hey. Legt euch mit den Eiergröpfe an hier. Das darf doch nicht sein. Wo waren die denn hier? Hier. Die greifen das Lager an. Und draußen sind sie zusammen Stürmer. Die Eier hat da unten gefahren. Das darf man denn. Wir haben einen Gebirgstroll freigelassen. Ah eine neue Horde Orks. Sie greifen das Lager an. Ich weiß. Die Trolle sind schon unterwegs. Die regeln das so. Wir müssen den Weiher zerstören. Äh. Find und zerstört den verboten Weiher. Zerstört das Lager der Gondoyane. Der Olifant ist kampfbereit. Der Olifant ist kampfbereit. Was ziehe ich eigentlich mit 600 Punkten? Warum was sagt ihr dazu? Können wir das Lager benutzen? Eine neue Horde Orks. Ich denke mal das Lager ist irgendwo hier oben. Kann ja nicht so anders sein noch. Äh. Wir bauen auf jeden Fall Olifanten. Und die Gebirgstrolle. Sie greifen das Lager an. Waffen. Das ist der Weg. Ihr schafft es. Sucht den Feind. Das ist eine neue Horde Orks. So dann geht ihr da hin. Wir haben den Trollkäfig vergrößert. Nein da gab es noch andere Trolle. Oder sind das... Oder war das beim... Oder war das beim anderen Spiel? Sie müssen alle sterben. Oder war das beim anderen Spiel? Das ist der Weg. Alter das ist hier viel. Hier sind voll viele. Wartet. Vernichtet die Einwohner. Das ist ihr Versteck. Das ist ihr Versteck. Verstört es. Das sind voll Fehlermarmen. Ah. Eine neue Horde Orks. Gertreif! Die Trotten! Hält dich hier! Jo Marich. Warum ist das so billig auch immer? War doch ein 7 gerade. Ah. Wir haben einen Gepirkstroll freigelassen. Nur einen. Oh guck mal der ist aufgestiegen. Das sieht ja cool aus. Mit Kriegsbemalung und so. Aber der kommt nicht auf unsere alte Stärke zurück. Wo sind denn die Hobbits hin? der Olifant ist kampfbereit. Warte mal. Kannst du da durchlaufen einfach? An den Platt mal an. Ja. Kannst du. Doch hoch mit euch, ihr Maden. Los. So, Rückzug. Ja, mein Gepirkstreuer. Hilfe. Und das macht es dann auch platt. So, jetzt müssen wir erstmal hier noch Einheiten bauen. Da kann glaube ich sowieso nur ein Elefant dran, ne? Ja, das dauert ein bisschen, bis der fertig ist. Der ist zu groß! Was sie... äh, was wir sagen? Was sie sagen, was haben wir da? Das ist was sie... äh, sie sagen. Der ist zu gross! Alter, Mann. Ich habe noch ein paar Gebirgstrollen hier. 600 Punkte. Ich bin mal gespannt, ob das noch höher geht. Das wäre extrem. Das wäre echt extrem. Die können bis Rang 10 aufstellen, ne? Ich würde gerne wissen, wie die aussehen, wie viel damage die da noch aushauen. Oh nein, fahr an mir! Ich muss doch erledigen, Torotoy. Es kommt auf jeden Fall Herr der Ringe Schlachtung mit der 2 bei mir auch im Kanal noch. Halt auch gute Seite und böse. Und Schatten von Angmar, aber mal gucken, wann und wie, weil... Ich muss das, glaube ich, auch noch richtig einstellen, weil das geht, glaube ich, nicht ganz genau. Alter, die haben die Troll umgelegt. Einfach umgelegt. Aber das spielen wir dann auf normal, weil ich meine, das wäre einfacher als das hier. Aber ich freue mich auf dieses Spiel. Da ist sogar, glaube ich, Smaug dabei. Saurons Herrschaft über Mittelerde rückt näher. Gut. Gut. Gut, ich würde mal sagen... Gleich. Die Zerstörung Mittelerdes darf nicht ins Stocken geraten. Ja, wir haben voll viele Felder noch. Warte, wie haben wir hier? Aber gut, ich würde mal sagen, das war Part Nummer 43 von Herr der Ringe Schlachtung mit Helder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.